Servus, Freunde der unterirdischen Unterhalter. Eigentlich hatte ich was anderes vorgehabt, aber weil das so gut zu den letzten beiden Themen passt, dachte ich mir, mache ich wieder was aus Martin Stade, sein Archiv. Und zwar, wie am Titel ersichtlich, geht es diesmal um Produktionsstandorte von Atombomben. Viel gibt es da jetzt nicht zu sagen. Dies kommt alles von Herrn Stade und fange ich einfach mal an. Über die Produktionsstandorte, Produktionszeiträume und Anzahl der großen Uranbomben, die im Dritten Reich gebaut wurden. Im Dritten Reich wurden sowohl Uran- als auch Plutoniumbomben gebaut, und zwar von jeder Art drei Typen. Es entstanden die kleine, mittelgroße und große Uranbombe. Und die kleine, mittelgroße und große Plutoniumbombe. Die Prototypen wurden im Kienberg bei Luisenthal in drei Fabriken gebaut. Gesteuert wurde die Forschung, Entwicklung und Produktion, aber auch die Einlagerung der Bomben von einem Kommandostab mit der Bezeichnung OPOS, der darüber hinaus für alle atomaren Anlagen im Reich verantwortlich war. Aus seiner Registratur stammt der größte Teil unserer Information. Für die Errichtung der notwendigen Anlagen war der Sonderbaubereich S3, Klammer auf, nicht zu verwechseln mit S3 Jonastal, Klammer zu, und es römisch Acht zuständig. Der Kommandostab umfasste 114 Offiziere, war in einem großen Bunker auf dem Truppenübungsplatz Ortruf untergebracht und arbeitete zumindest von Juli 1936 bis zum November 1946. Am 14.03.1945 verließen 46 Offiziere den Bunker. Chef des Stabes war der General Dr. Ingenieur Gerald O., der gleichzeitig S3 und S8 führte. Der Mann war Physiker und ist erst nach der Jahrtausendwende gestorben. Die Bombe war, Klammer auf, nach zwei verschiedenen Angaben, Klammer zu, entweder 6,4 oder 6,6 Meter lang. Rund und hatte einen Durchmesser von 1,6 Meter. Sie wog 22 Zentner und bestand aus einer äußeren Hülle und einem innen befindlichen Druckkörper, der ebenfalls rund war. Er hatte eine Wandung aus 5 cm starkem Dural. Im Druckkörper befanden sich im Wesentlichen drei Teile. Der atomare Teil mit den 9 kg Hochreihen Uran, Klammer auf, angeblich 100%, Klammer zu. Ein Teil mit dem Sprengstoff, der Teil, in dem sich der Zündmechanismus befand. Der Zünder selbst war am äußeren Körper der Bombe befestigt. Zünder wurden unter anderem südlich von Mühlberg hergestellt, jedoch außerhalb des Tropenübungsplatzes in drei unterirdischen Fabriken. Der Zünder wog 26 kg. Zum ersten Teil. Er bestand aus zwei ebenen Metallplatten aus Edelstahl, Klammer auf, wahrscheinlich Remanit, Klammer zu, von denen die eine beweglich, jedoch arretiert, angeordnet war. Auf beiden Platten, die sich gegenüber lagen, befanden sich je neun Uranwürfel von 2,8 cm Kantenlänge, die durch Magnetismus gehalten wurden. Die Räume zwischen den Würfeln waren mit insgesamt 5 kg Blei ausgegossen. Die Würfel befanden sich im Abstand von 5 cm versetzt zueinander. Der gesamte Raum dieser atomaren Komponente war mit 83 Litern schweren Wasser ausgefüllt. Zum zweiten Teil. Der Sprengstoff, 63 Liter Chlortrifluorid, befand sich hinter der beweglichen Platte, wahrscheinlich in einem Behälter aus einem speziellen Glas, wegen der Aggressivität dieses Sprengstoffes. Anschließend gab es einen weiteren Behälter mit 19 Liter flüssigen Ozon, das mit 13 Liter Stickstoff auf 130 Grad Kälte stabil gehalten wurde. Zum dritten Teil. Im Behälter mit dem Ozon befanden sich zwei Elektroden, die durch die Entladung einer hohen Spannung die Explosion des Ozons, des Sprengstoffs und damit die Herstellung der kritischen Masse des Urans bewirkte. Schließlich befand sich die eigentliche elektrische Komponente, ein Oszillator, eine metallene 80 cm lange Kathodenröhre, ein Umformer bzw. Zerhacker und eine Hochleistungsbatterie hinter dem Behälter mit dem Ozon. Sobald der Abstandszünder der Bombe, der sich wie gesagt außen befand, nach Abwurf der Bombe eine bestimmte Höhe, Klammer auf, im Allgemeinen 100 Meter erreicht hatte, Klammer zu, wurde die Explosion der Bombe innerhalb von 0,4 Sekunden ausgelöst. Soweit die skizzenhafte und sicher leidenhafte Darstellung der Bombe. Hier nun zu den Produktionsstandorten der Bombenherstellung in Thüringen nach unserem Wissensstand vom Ende Juli 2006. 1. Standort Nördlich Georgenzell, westlich von Wernshausen, drei Fabriken, die von August 1944 bis März 1945 drei Bomben produzierten. 2. Standort Nordwestlich von Kaisershagen bei Mühlhausen, zehn Fabriken, die von Februar 1944 bis März 1945 zehn oder elf Bomben produzierten. 3. Standort Unter Molketeichswiese, östlich von Georgenthal, 5 Fabriken, die von April 1944 bis März 1945 sechs Bomben produzierten. Ja, das ist hier, glaube ich, die Skizze. Da muss ich mal kurz reingredchen. Das ist die Skizze, die jetzt hier im Hintergrund zu sehen ist. Das ist der dritte Standort. Genau, Molketeichswiese. So, weiter geht's. 4. Standort Unter hinterer Farmetalswand südlich der Lütschetalsperre. 3 Fabriken, die von August 1944 bis März 1945 zwei Bomben produzierten. 5. Standort Südlich Mühlberg an der Kupferstraße, Truppenübungsplatz Orthruf, zwei Fabriken, die von Mai 1944 bis März 1945 zwei Bomben produzierten. 6. Standort Nördlich der Jonastalstraße, 400 Meter nördlich der Kompressorenstation, zwei Fabriken, die von März 1944 bis März 1946 drei Bomben produzierten. 7. Standort Nördlich der Jonastalstraße, Bittstädter Löbchen. 4 Fabriken, die von März 1944 bis April 1946 vier Bomben produzierten. 8. Standort Nördlich der Jonastalstraße, Hamster. 5 Fabriken, die von März 1944 bis April 1946 fünf Bomben produzierten. Hier grätschig nochmal rein, die Hamstergeschichte dürfte den meisten bekannt sein. Ja, vielleicht kommt das daher irgendwie aus der Ecke. 9. Standort Nördlich der Jonastalstraße, unter Wüsterberg. Fünf Fabriken, die von Februar 1944 bis April 1946 sechs Bomben produzierten. Alle erwähnten Fabriken im Jonastal liegen unter dem Höhlenniveau der Straße. Ja, auch zu diesem Standort wird es sicherlich mal ein Video geben, genau. 10. Standort Zwischen Dannheim und Branche Winder südlich von Arnstadt. 3 Fabriken, die von Februar 1944 bis März 1945 drei Bomben produzierten. 11. Standort Harberg bei Erfurt. 3 Fabriken, die von April 1944 bis März 1945 drei Bomben produzierten. Auch hier muss ich kurz unterbrechen, auch da wird es noch mal ein Video zu geben zu diesem Standort. Da war ich nämlich auch schon mal unterwegs, das eine oder andere Mal. 12. Standort Nördlich Rheinstädt, westlich Kala, vier Fabriken, die von März 1944 bis März 1945 vier Bomben produzierten. 13. Standort Nordöstlich Erdmannsdorf, südlich Möckern, Klammer auf, bei Hermsdorfer Kreuz, Klammer zu. 5 Fabriken, die von März 1944 bis März 1945 fünf Bomben produzierten. 14. Standort Westlich Kleinroda, Klammer auf, hohe Schrecke, Klammer zu. 4 Fabriken, die von März 1944 bis März 1945 vier Bomben produzierten. 15. Standort Nördlich Rheinstorf, östlich Spielberg, südlich Querfurt, Klammer auf, Sachsen-Anhalt, Klammer zu. 5 Fabriken, die von April 1944 bis März 1945 vier Bomben produzierten. 16. Standort, östlich Klosewitz, westlich von Svetzen bei Jena, drei Fabriken, die von August 1944 bis März 1945 drei Bomben produzierten. Ja, anschließend werden die sieben Standorte aufgelistet, die sich außerhalb Thürings befinden. Und da sage ich, machen wir einfach beim nächsten Mal weiter, weil ich will das jetzt nicht allzu lang machen, das, ja, lieber kurz und knackig und da bedanke ich mich fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal zu Teil 2. und da wie Okay.